und damit schön dass ihr heute wieder eingeschaltet habt heute mal zu meinem ersten video über ein oppo smartphone zumindest weit ich weiß sind ja mittlerweile auch schon über 80 videos deswegen kann man sich da nicht ganz wissen aber das müsste das erste sein denn heute geht es um das oppo Reno6 und das ist eine ganze serie und die ist jetzt auch ein wenig aufgebaut wird die rapmi k40 serie denn auch diese serie besteht einmal aus dem oppo Reno6 dann im oppo Reno6 pro und dem oppo Reno6 pro plus dabei verfügen alle über 5g was ein echt sehr nice features dazu sind diese auch alle eigentlich ziemlich identisch aus von der vorderseite alle ziemlich genau gleich nur dass das pro und pro plus abgeh also besser gesagt abgerunderte seiten auf am display vorne am hinten haben das auch alle glaube ich zumindest beim normalen 6 bin ich mir nicht ganz sicher das könnte auch eine flache rückseite sein auch die kamerelemente sind überall gleich aus soviel da zu machen dann zur vorderseite da spreche ich bei einem mit dem gleichen wir haben nämlich von auf der linken oberen seite haben wir ein recht schönes ziemlich gut platziert das wie ich finde zumindest punch hold was ziemlich schick aussieht das haben wir bei allen drei modellen so finde ich recht schick bei dem normalen oppo Reno6 ist das gefühl ein ticken kleiner als bei den pro und pro plus modellen aber das ist natürlich geschmackssache und das kann ich jetzt auch nicht ganz so beurteilen zu den größten displays haben wir beim oppo Reno6 ein recht schönes kleines 6,43 zoll display bei den anderen beiden dann ein 6,5 zoll display das ist auch beim pro plus der fall also beide malerricht schöne displays auch das vom normalen 6er ist etwas kleiner was aber natürlich auch sein vorteil bietet dazu haben alle was recht komisch ist für diesen flaggschiff modellen oder ich würde es mal fast flaggschiff nennen ist natürlich nicht die haupt flaggschiff reihe aber das im recht hoch haben wir 90 hat das ist natürlich nicht jetzt das krasseste oder besser gesagt er recht standardmäßig dafür haben wir bei dem pro bei allen modellen hdr und bei den pro plus modellen sogar hdr 10 plus und haben wir dann helligkeiten von 500 nits bis beim pro plus modell sogar 1100 nits was aber natürlich nur die peak ist wir haben immer aber etwas auch recht schönes das sorgt einfach für sehr tolle schwarzwerte und wir haben gorilla glass 5 was für einen sehr sehr schönen schönen schutz sorgen sollte dann haben wir auch full hd plus überall wqd haben wir leider gottes nicht bei keinem der modelle müsste aber trotzdem eigentlich ziemlich ausreichen weil wqd braucht man jetzt nicht unbedingt haben aber trotzdem wäre es natürlich ein sehr nice feature gewesen aber wie gesagt wir sind ja nicht bei dem haupt flaggschiff reihe von opo sondern nur bei der standard reihe auf der rückseite haben wir natürlich einmal den kamera bump und in allen fällen eine recht schöne matte rückseite beim normalen pro bin ich mir nicht ganz sicher das kommt wahrscheinlich noch auf die farbe an aber sonst sind diese rückseiten alle recht schick das kann am kamera element ist ganz normal oben in der linken ecke angeordnet wenn man auf die rückseite drauf schaut bisschen wie beim oneplus 9 und 9 pro man muss aber natürlich was sagen dass oneplus und opo natürlich eine marke sind das ist alles eine untermarke von opo und deswegen ist die design sprache natürlich nicht sonderlich verwundenswert zu der ausstattung also im inneren haben wir beim opo reino 6 eines nicht ein snaptrink sondern einen mediatek der mensch ist die 900 was ein mittlerer prozessor ist auch für eine recht gute performance sollte was mich aber ein bisschen wunderbar ich finde bei den mediatek prozessoren die sowieso schon günstiger sind wäre natürlich auch ein ticken bessere prozessor drin gewesen wie der der mensch die 100 1200 das in einem anstrengende namen da mache ich die faste abgabe welcher der top prozessor von mediatek ist ich hoffe sehr gute performance sucht und zirka beim snapdragon 865 leistungstechnisch liegt den hätte ich wie ich finde auch im normalen reino 6 verbaut werden können bei der pro plus version haben wir dann aber den snapdragon 870 5g das ist quasi die 865 refreshed also haben wir eigentlich bei dem probo und dem pro plus eigentlich eine relativ identische leistung da müsst ihr aber wahrscheinlich die vom pro plus antiken besser sein das sind soweit die unterschiede in der performance dann haben wir immer acht bis zwölf gb ram werden natürlich dazu kommt und dann muss man natürlich immer dann die dementsprechenden aufpreise zahlen welche aber auch so eigentlich völlig okay sind wie ich zumindest finde da ist auch relativ nett dann haben wir in der frontkamera immer einen nennen 32 megapixel sensor was richtig ist dass wir über den gleichen sehr hochqualitativen sensor haben wo aber dann große unterschiede anfangen ist dann aber natürlich bei den sensoren auf der rückseite beim normalen reno sei opo rino 6 haben wir ein 64 megapixel haupt sind so was wirklich gute bilder sagen sollte nach mega ultra weltwinkel und ein zwei megapixel marko dabei gehen wie das im 4k 30 fps dann haben wir beim pro modell nur ein leichten des upgrade nehmen wir haben nämlich ein 64 megapixel haupt auch ein 8 megapixel ultra weltwinkel ein zwei megapixel marko und dazu aber noch ein zwei megapixel tiefen sensor wie das gehen wie den 4k 30 fps das finde ich ein bisschen schade dass wir zwischen dem 6 und 6 pro nur den tiefen sensor welche eigentlich völlig ja ich will jetzt nicht beschiss sagen aber auch eigentlich unwichtig ist haben das finde ich ein bisschen schade deswegen haben wir eigentlich zwischen dem 6er und dem pro modell nur den prozessor als unterschied und das display welches natürlich noch einen dicken schicker aussieht aber eigentlich von den fakten her außer der größe ist kein vorteil bietet dann aber beim pro plus modell haben wir dann aber wirklich grandiose unterschiede was wirklich ganz andere lege ist denn in dem fall haben wir ein 50 megapixel haupt sind so viele sagen wo sie mehr pixel weniger als 64 da gebe ich euch recht aber diese 40 megapixel sensor ist auch der der in 11 ultra dem quasi besten handy eigentlich was zurzeit auf dem markt ist steckt und was für optimale bilder sorgen müsste das haben wir noch 13 megapixel tiefe und 16 megapixel ultra weitwinkel was ein sehr guter ultra weitwinkel sensor und auch der tele sensor ist sehr sehr schön dabei haben wir ein zweifach optischen zoom der hätte dreifach sein können hätte ich besser gewonnen aber können wir leider nichts machen dazu gehen videos in 4k 60 fps ein zwei megapixel makrosensor haben wir dann auch noch insgesamt gefallen mir dieses setup persönlich deutlich besser aber natürlich habe zahlt man da den dementsprechenden aufpreis akkutechnisch haben wir bei dem reno 6 4300 bei den anderen drei modellen 4500 milliampere was wir recht gute akkulaufzeiten sagen soll alles wird mit android 11 ausgegeben und es sonst eigentlich ziemlich identisch of s 3.0 3.1 haben wir bei dem pro und pro plus modellen bei dem operin 6 haben wir leider nur im ofs 2.1 speicher bin ich ein bisschen schade aber wenn wir nichts machen dazu haben wir 64 watt schnell laden bei allen drei modellen und das war's ding laden konnte ich jetzt nicht finden ich gehe davon aus dass wir dabei nirgends wireless charging haben was ich ein bisschen schade finde dazu ist der fingerabdruck setzte irgendwo unter dem display was ich sehr sehr schön finde und mich persönlich ziemlich freut natürlich haben wir kein kopfhöreranschluss aber das ist nicht sonderlich verwunderlich lautsprecher ja haben wir diese sind aber zumindest beim reno 6 auf jeden fall keine dual lautsprecher leider kann ich euch nicht sagen ob die anderen beiden modelle welche haben ich gehe aber nicht davon aus weil ich das leider nicht finden konnte haben das ganze smartphone oder die ganze reihe wurde jetzt schon mal vorgestellt erst vor zwei tagen und wird aber erst veröffentlicht richtig am 5 juni das war der launcher genau ich gehe davon aus dass die modelle auch zu uns kommen werden ob alle kann ich auch nicht sagen aber ich gehe davon aus dazu oder besser so viel zu der opo reno 6 reihe ich finde dieses sehr sehr interessant und ich würde auch sehr eure meinung zu diesen smartphones interessieren sehr interessant finde ich auch das reno 6 pro oder pro plus da diesbeis sehr schick aussehen und auch mit dem pro plus mit 50 mpc sensor auch wirklich recht preiswert sein soll liegen hier zwischen 400 und 500 euro bei allen drei modellen beim normalen reino 6 auch bei 350 oder so das war es mit diesem video ich hoffe es hat euch gefallen ich würde mich sehr über einen like und aufhören mit uns unterstützen er mich einfach völlig kostenlos ich hoffe wir sehen uns im nächsten video wieder bis dahin reingehen